Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden Und da fragen sich viele Fans, was machen die eigentlich, wenn die trainieren? Jetzt greift er hinab Unterbringt er den Fuß noch dazwischen Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an Trainer ist sauer, da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel Das sieht gut aus Gerade noch rechtzeitig geklärt Ein Versuch der Balleroberung Das schafft er nicht allein Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten Ein wunderschönes Zuspiel Und er ist drin Der kann alles am Ball Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche Andreas Ottel führt den Ball Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß Der Abwehrspieler Guter Angriff, aber nur im Ansatz Der Gegner ist bereits wieder da Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Das ist ja gar nichts Schuss und Ah, da ist er ausgerutscht Ja, der Rasenmanni, der Rasen Ist nass, der Ball auch Kann passieren Jetzt Schnellspiel, jetzt Steilspiel Jetzt ein Konter Oh! Super Konter, aber dann doch nicht getroffen Das Ding hat sich schon abgehakt Der muss doch drin sein Er versucht den Ball abzugreutschen Rödel Eine Güte Solch ein Pass sieht man auch nicht alle da Nee, richtig fein gespielt Also im Moment ist das hier was fürs Auge So sieht ein Pass aus Da könnte was draus werden Da könnte Pass sein Und das ist vielleicht schon die letzte Gelegenheit zum Ausgleich Es gibt noch mal Ecke Und es gibt sie doch noch Die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen Ja, der Pass kommt an Und schon wieder eine Grenze Geht er rein? Gehalten zunächst Und da geht er vorbei Aber der Pass war wunderbar Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht Und Hauchdünn, hauchzart 1 zu 0 ist das Schlussergebnis Das ist neu Schön, dass er sich nicht gut Vielen Dank.